Guten Morgen! Ich habe jetzt immer noch die Maske auf. Ja, wir stehen jetzt hier gerade auf dem Parkplatz zur Breitnacht Klamm und ja, wir gehen da jetzt gleich mal rein. Da hinten ist schon ein bisschen blau. Haha, vielleicht kriegen wir heute ein bisschen schönes Wetter und ich hoffe, ich erfriere nicht. Ansonsten geht es fesche Bilder aus der Klamm.